Der Büffel steht für Liebe und Respekt. Er hat ein Ziel und auch viel Geduld, um dieses erreichen zu können. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video über die chinesische Astrologie. In diesem Video schauen wir uns das Tierkreiszeichen Büffel an. Und in gewohnter Tradition gibt es wieder drei Teile. Im ersten Teil schauen wir uns an, was für einen Charakter hat der Büffel und welches Wesen zeigt der Büffel im Alltag. Im Teil 2, welchen Einfluss haben die Mondphasen und wie verändert sich dadurch die Beschreibung des Büffelmenschen. Und im Teil 3 geht es darum, wie der Büffel auf die verschiedenen Tierkreiszeichen reagiert, mit wem er besonders gut kann und wo eine Beziehung vielleicht sogar gar nicht möglich ist. Gehen wir los mit dem ersten Teil. Der Büffel, Charakter und Wesen. Der Büffel steht für die Liebe und für den Respekt. Er ist ein sehr freundliches Wesen. Er hat auch ein Ziel und viel Geduld auf dem Weg dahin. Also er ist keiner, der sehr schnell hektisch wird und er plant langfristig. Und hat auch die Ruhe, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn der Weg lang ist. Der Büffel ist ruhig, freundlich und eng mit der Natur verbunden. In der chinesischen Astrologie geht man davon aus, dass der Büffel jenes Tierkreiszeichen ist, das am stärksten für die Natur kämpft. Er kann aber auch sehr stur sein und räumt wütend Hindernisse aus dem Weg. Bei den Tierkreiszeichen gibt es auch das Element und die Sterne. Das Element kennen wir von der Jahresliste. Zwei Jahre lang wirkt eines der fünf Elemente in Zusammenhang mit den Jahres-Tierkreiszeichen. Und jedes Tierkreiszeichen hat eines der fünf Elemente, das näher steht. Im Falle vom Tierkreiszeichen Büffel ist das die Erde. Die Erde steht für die Bodenständigkeit. Was die Himmelskörper betrifft, so gilt, im Jahr des Büffel regiert den Ballast der Erdstern Saturn. Das hat mit den Dreiecken zu tun, wenn man alle Himmelskörper und alle Tierkreiszeichen aufzeichnet. Und jeder Himmelskörper beeinflusst auch drei Häuser. Das kennt man auch von der westlichen Astrologie. Schauen wir uns jetzt die typischen drei Themen an. Der Büffel und die Gesundheit. Büffelmenschen sind sehr gesund, aber sie sind gefährdet, süchtig zu werden. Sie lieben das Freie. Wir haben schon die Naturverbundenheit angesprochen. Aber sie hassen es eigentlich, wenn es eine große Hitze gibt. Und das Gegenteil, eine große Kälte mögen sie auch nicht. Wie schaut es beim Berufsleben aus? Büffelmenschen sind schlau, beständig und können sehr gut organisieren. Sie sind kreative Menschen. Büffelmenschen sind zum Beispiel besonders gut in künstlerischen Berufen und auch dort, wo es um handwerkliches Geschick geht. Und das dritte Thema ist natürlich die Liebe. Der Büffel strebt nach Beständigkeit. Abenteuer ist nicht sein Ding. Es gibt immer wieder Hinweise, auch in den späteren Teilen, dass er vor allem Stabilität anstrebt. Die Ruhe lockt viele an, aber er stellt hohe Besitzansprüche. Also muss man, wie halt so oft, von Mensch zu Mensch zu schauen, wie der Büffelmensch wirklich agiert. Weil seine Ruhe, seine Geduld, das finden viele interessant, weil alle anderen hektisch in der Gegend herumdüsen. Aber der Preis ist, dass der Büffelmensch auch mit den Besitzansprüchen anstrengend sein kann. Dann gibt es noch die Yin- und die Yang-Kraft. Die Yin-Kraft steht für dunkel, kühl, weich und weiblich. Die Yang-Kraft für weiß, heiß, hart und männlich. Jedes Tierkreiszeichen ist entweder eine Yin-Kraft oder eine Yang-Kraft. Im Falle von Büffel ist es eine Yin-Kraft. Die beiden Kräfte teilen das chinesische Universum in zwei Hälften. Und entsprechend gibt es auch die Gliederung nach den Tierkreiszeichen. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, zu den Mondphasen. Wir haben schon gelernt, dass das chinesische Jahr nicht am 1. Jänner beginnt, sondern Ende Jänner, Anfang Februar. Und daher ist der erste Mond im Februar. Was bedeutet das, wenn man im Jahr des Büffel im Februar geboren wird? Man ist künstlerisch und kreativ. Man findet keine Ruhe. Beim zweiten Mond im März widersprechen sie sich selbst, denn sie sind einerseits sehr kreativ und auch sensibel und gleichzeitig aber auch ungeschickt und stur. Beim dritten Mond im April haben wir es mit selbstbewussten Menschen zu tun. Sie erliegen leicht Versuchungen, sind aber oft einsame Leute, obwohl sie sehr selbstbewusst sind. Also meistens sagt man ja, wenn man selbstbewusst ist, dann tritt man auch entsprechend nach außen auf und dann begeistert man auch die Menschen. Aber in dem Fall ist es eher widersprüchlich, dass sie trotzdem oft einsam sein können. Der vierte Mond im Mai bedeutet, dass die Büffelmenschen sehr konzentriert sind. Sie sind intellektuell und unabhängig, sie können sehr gut organisieren und sie wirken sehr charmant, sind aber gegenüber anderen vorsichtig. Beim fünften Mond im Juni sind es stürmische Exzentriker, die unberechenbar agieren, sie wirken aber interessant und sind witzig, stehen gerne im Mittelpunkt und unterhalten die Leute, agieren aber teilweise völlig unvernünftig. Also wir lernen, je nach Mondphase kann die Beschreibung des Büffelmenschen völlig unterschiedlich sein. Beim sechsten Mond im Juli haben wir es mit klugen Menschen zu tun, die schnell zum Erfolg kommen können, die ein offenherziges Sexualleben zeigen, aber trotzdem, typisch Büffel, eine stabile Beziehung anstreben. Beim siebten Mond im August haben wir es mit ruhelosen Menschen zu tun, die sehr kreativ sein können. Sie setzen sich leicht durch und agieren gerne unabhängig. Beim achten Mond im September hat man es mit interessanten Gesprächspartnern zu tun. Sie sind freundlich und sie sind sehr aktiv, sie stehen gerne im Mittelpunkt und sie haben eine Eigenschaft, die nicht so immer optimal ist, sie lassen sich nämlich nichts sagen. Das ist die gute alte Sturheit des Büffels. Beim neunten Mond im Oktober haben wir es mit sehr freundlichen und offenherzigen Menschen zu tun, die das Problem haben, dass das ausgenutzt wird. Sie werden immer wieder über den Tisch gezogen und sie müssen lernen, dass sie abblocken und sie haben von Natur aus Schwierigkeiten Nein zu sagen. Beim zehnten Mond im November hat man es mit Menschen zu tun, die sehr gute Führungsqualitäten zeigen. Sie sind sehr selbstsicher, sie streben die Perfektion an und im Privatleben sind sie sehr besitzergreifend. Beim elften Mond im Dezember sind die Büffelmenschen sehr freundlich, aber auch nachdenklich. Gleichzeitig können sie auch ein aggressives Verhalten zeigen. Sie planen lange mit Geduld und agieren introvertiert. Und beim zwölften Mond im Jänner haben wir es mit Büffelmenschen zu tun, die ein großes Problem haben. Sie vertragen nämlich überhaupt keine Kritik. Sie haben einen großen Ehrgeiz, sie sind sehr verlässlich, aber auch egozentrisch und sie reagieren gar nicht gut darauf, wenn man sie kritisiert. Und das war jetzt der zweite Teil mit den Mondphasen und wie schon bei den anderen Tierkreiszeichen, die wir bisher besprochen haben, zeigt sich, dass je nach Monat, in dem man geboren worden ist, wenn das Jahr das Jahr des Büffel ist, kann die Beschreibung des gleichen Tierkreiszeichens völlig widersprüchlich sein. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil. Wie reagiert der Büffel auf die verschiedenen Tierkreiszeichen? Mit wem kann er gut? Und bei wem geht gar nichts? Oder wo ist eher eine Freundschaft anzunehmen und weniger eine Beziehung? Wir fangen an mit Büffel und Ratte. Die Ratte unterhält den Büffel. Sie ergänzen sich gut. Die Basis für eine langfristige Beziehung ist auf jeden Fall gegeben. Büffel und Büffel. Was passiert, wenn zwei Büffel aufeinandertreffen? Die Büffel sind bekannt als ruhige Gesellen, die Stabilität wollen. Das Problem ist nur, wenn zwei ruhige Gesellen aufeinandertreffen, dann passiert gar nichts. Das heißt, es muss sich einer der Büffel bewegen, sonst wird eine Beziehung nicht gelingen. Büffel und Tiger. Beide gelten als aggressiv und auch defensiv. Und daher kann man sagen, die zwei sind nicht für die Beziehung geboren. Das heißt jetzt nicht, dass es gar nicht gelingen kann, aber die Grundvoraussetzungen sind eher nicht gegeben. Büffel und Hase. Der Hase will verwöhnt werden. Der Büffel braucht Stabilität. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Ausgangslage, aber wenn der Hase den ersten Schritt macht und dem Büffel ein wenig entgegenkommt, kann eine Beziehung gelingen. Büffel und Drache. Da spricht man auch von zwei Schwergewichten. Der Drache ist gerissen. Der Büffel ist bärenstark. Diese Kombination lässt sich schwer ausrechnen, denn es kann zur Schlacht kommen zwischen den beiden. Es kann aber auch zu einer wunderbaren Beziehung führen. Büffel und Schlange. Die Schlange ist nicht treu. Der Büffel will es aber stabil, wie wir schon oft gehört haben. Wenn er aber seine Eifersucht in den Griff hat, dann kann eine Beziehung gelingen. Büffel und Pferd. Das sind beste Freunde. Eine Beziehung ist schwer vorstellbar, nicht unmöglich, aber die Voraussetzungen sind keine guten, denn der Büffel ist kein Angebot für das Pferd und umgekehrt ist das Pferd zu schnell für den Büffel. Büffel und Ziege. Die Ziege ist romantisch und der Büffel mag das. Aber die Ziegen sind dafür bekannt, dass sie Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. Was beim Büffel eher schwierig ist, weil er mag es gern stabil und verlässlich. Eine Beziehung kann trotzdem gelingen, aber die Ausgangsposition ist schwierig. Büffel und Affe. Der Affe kann den Büffel fordern. Er kann ihn aus der Reserve locken, was für den Büffel sogar sehr gut ist. Aber umgekehrt ist es bekannt, dass der Affe sehr lebendig ist, wahrscheinlich zu lebendig für den Büffel. Mit viel Geduld kann es aber etwas werden, wahrscheinlich wird der Affe aber entgegenkommen müssen. Büffel und Hahn. Der Hahn ruft zur Arbeit, der Büffel arbeitet. Sind das die Traumpartner? Wahrscheinlich. Es ist gut möglich, denn sie ergänzen sich optimal. Büffel und Hund. Beides sind Yin-Zeichen. Sie stehen sich eigentlich komplett im Weg. Zwar kann es mit Geduld gelingen, eine Beziehung aufzubauen, aber die besten Voraussetzungen sind hier nicht gegeben. Büffel und Schwein. Das Schwein ist freundlich, das mag der Büffel, aber es ist ihm für eine Beziehung zu wenig. Es ist wahrscheinlicher, dass die beiden sehr gute Freunde sind. Und damit haben wir auch den dritten Teil abgeschlossen und haben viel gelernt über den Büffel, der unglaublich stark ist, der auch stur sein kann, aber der vor allem Stabilität einfordert und für sich selbst braucht. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.